Wo auch immer Sie sich befinden, Ihren Login sowie Überweisungen und andere Bankgeschäfte im Online- und Mobile-Banking geben Sie jetzt einfach und sicher mit dem Fototan-Verfahren der Deutschen Bank frei. Zum Beispiel funktioniert der Login in das Online-Banking ganz einfach. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie Login ausführen. Wählen Sie Fototan-Push als Sicherheitsverfahren und dann Fototan-Push Freigabe. Auf Ihrem Smartphone erscheint jetzt eine Fototan-Push Freigabe. Wählen Sie Freigeben. Jetzt können Sie das Online-Banking sicher nutzen. Genauso einfach geben Sie im Online-Banking eine Überweisung frei. Geben Sie zuerst die Überweisungsdaten ein. Danach wählen Sie Fototan-Push als Sicherheitsverfahren und dann Fototan-Push In der Fototan-App müssen Sie die Überweisung jetzt nur noch freigeben. Wenn Sie das Fototan-Lesegerät nutzen oder Ihr Smartphone nicht mit dem Internet verbunden ist, scannen Sie alternativ einfach die Grafik mit Ihrer Fototan-App oder dem Lesegerät. Mit der so generierten TAN geben Sie im Online-Banking dann eine Überweisung frei oder bestätigen den Login. Ebenso komfortabel funktioniert eine Überweisung mit dem Smartphone oder Tablet. In der Deutsche Bank Mobile App erstellen Sie Ihre Überweisung wie gewohnt und wählen Fototan zur Freigabe Ihres Auftrags. Ihre Deutsche Bank Mobile App verbindet sich automatisch mit der Fototan-App. Jetzt müssen Sie nur noch die Auftragsdaten prüfen und bestätigen. Fertig. Das Fototan-Verfahren funktioniert schnell, einfach und sicher. Am besten gleich anmelden und ausprobieren.